Wasch, echte Wörglerinnen und Wörgler. Hörenwörgl.fm. Was finden Sie am besten am Wörgler Brezensuppen fest? Einfach die Brezensuppen. Die finde ich zu gut. Ja, ich bin das erste Mal da gewesen. Und wie gesagt, du hast hier den leeren Teller. Das ist perfekt, was du arbeitest haben gestern. Und dann ist es eine super Sache gewesen. Und gut auch. Nein, das ist gut, das ist gut. Ich bin mir so einer vollgestellt. Ja, und da ist es super und schön. Aber mit allen haben wir gewürgt, das sag ich dir. Dass ganz viele Wörgler und Wörglerinnen zusammenkommen, dass es ein lustiger, schöner Drogi ist. Die Brezensuppen, das finde ich ganz super, dass es so etwas wieder gibt. Ja, das Geselle geht beisammensein. Du siehst wieder Leute, die du schon lange nicht mehr gesehen hast. Brezensuppen gibt es dir, die es ja nicht ganz wie ohne ist. Die Brezen haben wir tragen jetzt. Also das Zusammenleben der Leute einfach gefördert hat auf den Weg. Die Brezen. Das Beste am Brezenuppen fest ist wahrscheinlich die große Breze von der Bäckerei Mitterer. Und natürlich die gute Stimmung. Ich habe auch den Umzug am tollsten gefunden, dass die Kinder vorgehen haben können. Und natürlich die Hüpfburg für die Kinder. Also abgesehen von der großen Brezen ist natürlich das Zusammenkommen von den Leuten. Also wenn man sieht, wie viele Leute da hocken, das ist einfach richtig schön und das tut echt wirklich richtig schön aufwärts. Ja, ich bin in Vila da liegen. Da bin ich extra mal in den Zug reingekommen. Aha. Nein, ich hole mir nachher eine Brezensuppe, weil die kenne ich nicht. Und die werde ich mir gleich holen. Ja, alles klar. Alles klar. Am Brezensuppenfest finde ich am besten, dass so viele Leute beieinander sind und miteinander Spaß haben. Und vor allem auch, dass man die Brezen im Mittelpunkt stellt. Und bei so einem Wetter macht es einfach noch viel mehr Spaß, als wie es ist. Die Brezen suchen. Dass einfach die Leute alle zusammenkommen und die ganzen Musikgruppen von Tirol und dass die alle in Würglerrunden sind. Das finde ich einfach prima. Was finden Sie am besten am Brezensuppenfest? Die netten Interviewpartner, die die Leute nach der Meinung fragen und total sympathisch sind. Danke. Bitte. Bravo. Folge deiner Stadt im Stream, den Social Media Kanälen und im Stadtmagazin. Du hörst wargl.fm